Ich bin froh hier in Essen, unsere Wissen und unsere Erfahrungen hierzu mit Ihnen teilen zu dürfen. Wir den Möchten einen Beitrag dazu leisten, zu allen diesen Themen zu zeigen, wie eine moderne Energieversorgung in den nächsten Jahren dabei helfen wird, Ihrer Essener auch Lichtwochen auch in Zukunft zum Leuchten zu bringen. Somit wünsche ich allen Besuchern auch in diesem Jahr wieder tolle Lichtwochen und ich gehe davon aus, dass Essen in diesen kommenden Wochen wieder, wieder weit über das Ruhrgebiet hinaus erstrahlen wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Eure Exzellenz, Ries Arne Petersen, der Botschafter des Königreiches Dänemark. Vielen, vielen Dank und als Nächsten bitte ich unseren Innenminister Thomas Kutschaty ans Rednerpult. Herr Kutschaty, Sie sind, was die Lichtwochen angeht, ja auch ein alter Hase. Sie waren vergangenes Jahr schon dabei. Ja, also erst mal bin ich nicht Innenminister, sondern Justizminister. Aber ich war auch schon vor 48 Jahren da als kleines Kind mit meinen Eltern, also nahezu jedes Jahr in den letzten 48 Jahren. Genau, das meine ich. Sehr geehrte Exzellenz, lieber Herr Botschafter Petersen, Herr Oberbürgermeister, liebe Essenerinnen und Essener, verehrte Gäste, stellvertretend für Frau Ministerpräsidentin Kraft darf ich Sie im Namen der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hier zur Eröffnung der 67. Essener Lichtwochen sehr herzlich begrüßen. Liebe Bürgerinnen und Bürger im Stadt Essen, San Sebastian ist eine Stadt am Meer. Handel, Fischerei und Industrie haben Sie geprägt. Auch die baskische und die spanische Sprache, die internationale Festivals, wo ihr berühmte Gastronomie singt und trennbar mit ihrer Entitekt vernünft. Für die europäische Kulturhauptstadt 2016 hat sich San Sebastian das Motto Wellen der Bürgerenergie, eine Kultur für das Miteinander ausgesucht. Wir wollen den Geist der Vernetzung fördern, die so wichtig ist wie unsere globalisierte Welt und für die der San Sebastian ein nahezu symbolischer Ort ist. Unser Ziel ist eine offene, integrierte, miteinander verbundene und kultivierte Gesellschaft. Dazu werden wir unsere Freunde und europäischen Mitbürgeraushalt mäßig ein. Für Spanien ist eine große Ehre in diesem Jahr das Gastland für die 66. Essener Lichtwochen zu sein und damit die Gelegenheit zu haben, durch Licht und Kultur dieses gemeinsame Fest für Europa mitzufeiern. Europa ist für uns bereits Alltag. Aber gleichzeitig befindet es sich noch immer im Bau und wir alle müssen helfen, es Schritt für Schritt zu vervollständigen. Dafür sind Initiativen wie die, die der Stadt Essen sehr willkommen, die sind ihnen dazu, die europäische Wande am Leben und aktuell zu halten. Gleichzeitig ermöglichen sie den Bürgern etwas über die Kulturhauptstädte Europas zu erfahren. Deutschland ist für Spanien einer der wichtigsten Partner, ist freuen und verbündeter. Die deutsch-spanischen Beziehungen halten tief in die Geschichte zurück. Sie sind fundiert, vielfältig und waren sehr herzlichen. Das Land Nordrhein-Westfalen ist innerhalb der Bundesrepublik Deutschland für uns Spanier ein besonderer Ort. Hier leben die meisten Spanier in Deutschland. Hier sind wichtige spanische Unternehmen und Institutionen angesiedelt. Und hier mittendrin ist Essen eine Stadt, in der man Spanien kennt, in der sich die Spanier wohl fühlen und begeistert am Leben der Spanien wirken. Wir Spanier wissen, dass wir in Essen, Nordrhein-Westfalen und in ganz Deutschland unendlich viele Freunde haben. Diese wollen wir ja nicht enttäuschen. Herzlichen Dank nochmals für die Erladung und eine erfolgreiche Feier. Dass so viele Menschen gekommen sind, dass Essen nach wie vor eine attraktive Einkaufsstadt ist. Deswegen auch ein ganz herzlicher Dank an den Einzelhandel. Und wir alle können etwas dafür tun, dass das so bleibt, indem wir nicht alles im Internet kaufen, sondern immer wieder auch mal in die Geschäfte gehen und hier den Einzelhandel unterstützen, damit die Attraktivität der Stadt belegt wird. Essen zeigt sich von seiner besten Seite. Das darf ich auch als Vertreter der Landesregierung in der Stadt noch einmal ausdrücklich sagen. Wir alle sind in diesen Wochen sehr herausgefordert, weil viele Menschen zu uns kommen. Wir wissen nicht, wie viele es noch sein werden. Aber eines zeigt die Stadt, dass sie nämlich anpackt, dass sie diese Probleme lösen will. Und vor allen Dingen zeigen Sie als Bürgerinnen und Bürger der Stadt Essen eines, nämlich, dass sie mit offenem Herzen auf diese Menschen zugehen. Und das ist ein ganz, ganz tolles Bild, was wir auch gerade hier in Essen in den letzten Wochen gemeinsam geben. Und das muss so bleiben, meine Damen und Herren. Und deswegen, Herr Generalkonsul, auch Ihnen ein herzliches Willkommen, allen spanischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Wir haben ein herzliches Miteinander, die Nordrhein-Westfalen, die Essener zumal mit Ihnen. Viele kennen ihr Land, weil sie dort schon mal Urlaub gemacht haben. Aber auch wirtschaftlich, Sie haben es gesagt, gibt es ganz, ganz enge Beziehungen. Und die sollen weiter wachsen. Wir möchten, dass wir im Sinne des europäischen Geistes echte Freundschaft, nicht nur wenn schön Wetter ist, sondern auch manchmal in schwierigen Zeiten, zeigen. Und dafür hilft nichts anderes, als dass Menschen zueinander kommen. Nicht nur ein paar wichtige, die irgendwelche Ämter haben, sondern die normalen Bürgerinnen und Bürger aus Deutschland, aus Essen und aus Spanien, die zeigen, dass es gelebte Völkerverständigung und Freundschaft gibt. Und dafür, Herr Generalkonsul, ganz, ganz herzlichen Dank. Denn Sie leisten ganz persönlich einen großen Beitrag dazu. Und Lars Baden und Lies Essen zeigt sich von seiner besten Seite jetzt und bis zum 6. Januar bei diesen 66. Essener Lichtwochen. Das ist für jemanden, der das noch nicht 66 Jahre lang kennt, Sie auch noch nicht erkufen. So alt ist immer nicht. Ist das etwas ganz, ganz Besonderes, auch dann einmal dabei zu sein, zu dürfen, wenn das Ganze eröffnet wird. Ich freue mich, dass RWE und viele andere, die dabei mitgeholfen haben, diese Unterstützung uns zuteilwerden lassen. Das ist gelebte Verantwortung, unternehmerische Verantwortung und soziales Engagement. Denn das macht diese Stadt und damit das ganze Ruhrgebiet und damit Nordrhein-Bissfalen zu einem attraktiven Ort. Und das soll auch in Zukunft so bleiben. Herzlich willkommen zu den 66. Essener Lichtwochen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Hürden. Seit 1950 ist Verlass auf die RWE Deutschland AG. Die Essener Lichtwochen würden nicht existieren, wenn sie nicht da wären. Und deshalb bin ich Sie jetzt, Herr Dr. Neuhaus, ein paar Worte zu sprechen. Der Vorsitzende der RWE Deutschland AG. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Kuchen, sehr geehrter Herr Minister Nüden, Herr Generalkonsul. Es ist mir jedes Jahr eine große Freude, das Schönste in Essen zu eröffnen, was es in der Vorweihnachtszeit gibt. Und das sind die Essener Lichtwochen. Wir machen das seit 1950, weil wir Teil dieser Stadt sind, weil über 1000 unserer Mitarbeiter hier leben und arbeiten, sich hier wohlfühlen. Und deswegen ganz, ganz herzlichen Dank an die vielen Kolleginnen und Kollegen, die das auch hier möglich gemacht haben. Wenn man in der heutigen Zeit Strom produziert, dann freut man sich natürlich ganz besonders, wenn man die schönste Form, wie man Strom zeigen kann, auch hier in der Vorweihnachtszeit präsentieren kann. Und das ist Licht. Was wäre die Welt ohne Licht? Was wäre Essen ohne die Essener Lichtwochen? Und ich bin stolz darauf, dass wir seit 1950 ununterbrochen inzwischen auch mit Strom aus erneuerbaren Quellen und mit vielen LEDs diesen echten Essener Lichtwochen den Lebenssaft einhauchen können, den sie erst erstrahlen lässt. Ich wünsche Ihnen in den nächsten Wochen viele schöne, lichtreiche, spannende Momente in Essen, den Geschäften viel Umsatz und Ihnen allen viel, viel Freude. Ich glaube, das haben wir alle verdient. Glück auf und alles Gute! Glück auf und alles Gute!